Mit diesem Stargast auf der Place-to-Be-Party von BILD in Borchardt hatte wohl niemand gerechnet. Plötzlich reitet Schauspielerin Emilia Schüle, ganz wie zu Zeiten des berühmt-berüchtigten Studio 54, auf einem Schimmel ins Szenerestaurant ein. Unter den begeisterten Gästen Fotoikone Ellen von Unwert, die den spektakulären Moment mit ihrer Kamera auffängt. Ja, ich bin ganz aufgeregt. So viele tolle Leute und so viele Pferde im Restaurant. Das haben wir schon lange nicht gesehen. Hallo Larimar. Das ist das Wendy-Pferd für alle Kleineren zum Herzen. Und größere, Entschuldigung, ich bin auch ganz aufgeregt. Okay, also er ist schon ein kleiner Star. Wir müssen nur aufpassen, dass er nicht an die Theke geht und sich ein Bier bestellt. Das ist das einzige Problem, was wir haben. Kampagner, Ries.